Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Chinas Schwimmer und der unbehandelte Massendoping-Verdacht. Chinas Sportwelt im Fokus, Verdacht auf Massendoping. Es ist ein schockierender Skandal, der die Sportwelt erzittern lässt. Im Reich der Mitte werfen ernsthafte Vorwürfe ein dunkles Schattenbild auf die Sportlandschaft. Es besteht der Verdacht auf Massendoping in China. Der Verdacht ist gewaltig und könnte Chinas ohnehin schon angekratztes Image im internationalen Sport weiter in Verruf bringen. Auf der Liste der verdächtigen Athleten stehen vor allem Leichtathleten, Schwimmer und Gewichtheber. Experten sind entsetzt und sprechen von systemischem Doping. Chinas oberster Anti-Doping-Chef, Xu Qi, wies die Vorwürfe jedoch zurück. Wir haben ein strenges Anti-Doping-System und es gibt keine tolerierte Doping-Kultur in China, sagte er in einer offiziellen Stellungnahme. Allerdings können diese Behauptungen die ernsthaften Bedenken nicht zerstreuen. Mindestens sieben namhafte Athleten sind derzeit wegen Verdachts auf Doping von Wettkämpfen suspendiert. Die internationale Anti-Doping-Agentur hat zudem Ermittlungen eingeleitet. Die Quellen, die diese Anschuldigungen machen, sind nicht zu übersehen. Mehrere enttäuschte chinesische Sportler haben sich mit ihren Geschichten an die Öffentlichkeit gewandt. Quelle Süddeutsche Zeitung. Der ehemalige olympische Champion Lu Xiaojun gab zu Protokoll, dass er unter Druck gesetzt wurde, um leistungssteigernde Substanzen zu nehmen. Wenn diese Vorwürfe wahr sind, wäre dies ein grotesker Missbrauch des Sports und dessen Werten. Es wäre ein Schlag ins Gesicht aller Sportler, die mit ehrlichen Mitteln ihren Erfolge erkämpfen. Der Internationale Leichtathletikverband, das Internationale Olympische Komitee und die Welt-Anti-Doping-Agentur müssen in diesem Fall eng zusammenarbeiten, um Klarheit zu schaffen und, wenn nötig, harte Strafen zu verhängen. Es bleibt abzuwarten, wie dieser erschütternde Fall sich entwickelt und welche Auswirkungen er auf den globalen Sport haben wird. Es ist zu hoffen, dass die Wahrheit ans Licht kommt und gerecht gehandelt wird. Eines ist sicher, dieser Fall ist ein erneuter Beweis dafür, wie wichtig es ist, den Sport sauber zu halten und korrupte Systeme zu bekämpfen. Autorin Anita Farke, Samstag, 24. April Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.